Guten Morgen und willkommen zu einem neuen Food Diary von mir. Heute mal ab einem Mittwoch, weil ich mir dachte, kommen die Mama mal das Wochenende mit. Das mache ich ja relativ selten in den kurzen Food Diaries. Und ja, ich starte heute mit einer Naturally Pam Oatbar Soft Brownie und einem Actimel mit Granatapfel in den Tag. Zeit für das Geburtstagsessen von Mama. Wir sitzen jetzt im Bellini bei uns im Ort und da habe ich hier die Burrata-Pizza. Die sieht unfassbar geil aus. Ich habe eine Johannisbärschorle und Mama hat Gnocchi Gambaretti oder so, halt mit Schrimps und einen Radler. Aber es sieht richtig geil aus. Nom nom. Jetzt kam als Überraschung dieses Panna Cotta hier rein mit Geburtstagsmusik. Und das teilen wir uns jetzt noch. Obwohl wir schon echt voll sind, aber das geht noch. Ne? Als kleinen Nachmittags-Sneck gibt es nun Schogettenweiße Lebkuchen. Die sind richtig, richtig lecker. Lieb sie sehr. Zum Abendessen gibt es nun Exquisa Quakenuss Vanillekipferl mit Chocolate Chips. Mmmh. Love it. Bin immer noch so voll von Mittags. Unglaublich. Die Pizza war einfach so geil. Am Abend snack ich ein paar Kokosmakronen hier und schaue Sommerhaus des Stars. Das ist Wiedersehen, aber ist gerade ein bisschen unaufgeräumt, deswegen film ich es nur so. Good morning in the morning und nicht wundern über mein bisschen komisches Frühstück. Das ist das Pineapple Coco Crunch Müsli mit einem Kokosring. Und dieser Kokosring ist nicht ganz weiß, deswegen sieht das nicht ganz so hübsch aus, aber es schmeckt. Und dazu ein Aktien mit Granatapfel. Vormittags gibt es nun eine Reba Mozart Kugel weiß mit Kokosananas. Ich hoffe, die gibt es mal wieder. Die ist richtig lecker. Mittags gibt es nun Wraps mit veganem Hackfleisch, Paprika, Mais, Käse und einer Tomaten-Basilikum-Street-Food-Mayo. Wo wir gar nicht wissen, wo wir die her haben, aber sie ist da. Und diesen Lebkuchen-Kaffee. Nach der Arbeit gab es heute endlich mal wieder Sport ein bisschen. Die letzten drei Tage waren nämlich nicht so, ich war schwindelig und alles wegen meinem Blutwürttel. Ich war auch krankgeschrieben. Ich habe mich gefreut, dass ich gestern wenigstens zum Geburtstagsessen meiner Mutter halbwegs fit war. Und ja, auf jeden Fall gab es heute eine halbe Stunde Sport mit Pamela. Cardio habe ich gemacht, also Dance-Workouts. Und jetzt gibt es zum Abendessen eine Laugensemmel mit veganem Philadelphia, den darf ich testen. Und Geramont-Tomate, feine Kräuter. Und als Nachspeise gibt es noch den Exquisa Quarkgenuss-Vanelle-Kipferl mit Chocolate-Chips. TGIF Thank God It's Friday und da starte ich mit einem warmen Müller-Milchreis in den Tag. Das ist Typ Zimtschnecke und ein Aktiv mit Kanada-Pfel ist auch wieder am Start. Auf dem Teller gibt es nur eine bunte Mischung mittags. Und zwar habe ich hier Ricotta- und Spinat-Tortellini mit einer Manchego-Frischkäse-Käsesauce. Also da ist noch Streukäse auch noch drin. Und hier ist Hähnchen-Gyruss. Hähnchen-Gyruss mit Zwiebeln. Genau. Quasi als Nachspeise gibt es jetzt noch die Müller-Milch-Zimtschnecke. Und mein Vater jetzt in die Hand drückt, dass ich sie endlich mal trinken soll, nachdem die hier schon länger im Kühlschrank stehen. Ehehe, hupsi. Jetzt habe ich zum Abend hin eine Pfeffer-Butterbreze geliefert bekommen und deswegen wird die jetzt auch gegessen. Hehe. So, ich bin noch relativ satt von der Butterbreze. Deswegen gibt es jetzt nur einen Pumpkin-Spice-Tassenkuchen von DM Bio. Der ist richtig lecker. Und da drauf ist noch von Naturally Pam die Nut Butter Caramelize Almonds, weil ich mir dachte, die Kombi passt. Ja, wünsche mir jetzt. Guten Morgen. Heute gibt es zum Frühstück Exquisa Zero Quark-Joghurt-Creme, Bratapfel und Aktimel mit Granatapfel. Wieso? Ich hatte bis eben ein sehr spannendes Gehwohl-Zoom-Meeting zu einer Studie zu pH-Werten. Und das war echt interessant. Und jetzt gibt es auf jeden Fall Mittagessen. Da habe ich mir heute Vormittag, da war ich schon einkaufen, das Rinder-Carpaccio von Rewe Feine Welt mitgenommen. Das ist richtig lecker. Das gönne ich mir jetzt. Und dazu ein Arizona mit Watermelon. Genau, Eistee. Die Kombi ist vielleicht ein bisschen komisch, aber egal. Am Nachmittag gibt es nun zwei Prinzenrolle Creamies mit Spekulatius. Die gab es letzten Winter auch schon. Und die sind wirklich der Hammer. Also falls ihr Spekulats liebt, müsst ihr die mal probieren. Trivia, kann ich schon nur sagen. Nachher geht es auf mein gewonnenes Basketballspiel. Und vorher sind wir noch beim XXX Flutz. Dann habe ich jetzt Zanderfilet gratiniert mit Gemüse, Reis und Sahnesauce. Ich werde dann noch eine Rüstung. Sie hat so eine Süßkartoffel-Currybowl. Und hier gibt es auch noch Schnitzel. Und vielleicht gebe ich da auch noch ein Stück. Mal gucken. Ich glaube, man versteht sich überhaupt. Wir sind jetzt beim Basketball. Ja, wir wärmen die sich gerade noch auf. Und wir snacken Ben & Jerry's Cookie Duff Chocolate Clips. So geil. Einen schönen guten Morgen von diesem Sonntag. Ich starte mit schön viel Trash in den Tag. Nämlich Bachelor in Paradise. Anderthalb Stunden Volldröhnung, Drama, Liebsehr. Und dazu frühstücke ich die Exquisa Quarkcreme Bratapfel. Ein Aktiv mit Granatapfel. Und ein Tässchen Kakao aus meiner Frozen-Tasse. Mit Olaf. Hihi. Vormittags gab es nun meinen Workout. Und zwar habe ich eine Dreiviertelstunde mit Pamela Christmas Dances gemacht. Und danach war ich baden. Also Spaß und Entspannung. Es wird schon abgehakt. Und jetzt gibt es Mittagessen. Und zwar leckeren Kartoffelsalat. Den habe ich von meinen Eltern gestern bekommen. Den werde ich wahrscheinlich auch ganz aufessen, weil der einfach geil ist. Und ein Glas Lemon Soda noch dazu. Am Nachmittag gibt es den Müller Joghurt mit der Ecke Typ Germknödel. Und so sieht der von innen aus. Sehr interessant. Riecht auch gut. Deswegen freue ich mich jetzt. Zum Abendessen gibt es nun zwei Scheiben Sandwich Toast mit Kräuterfrischkäse, Jamon Serrano und wieder ein Glas Lemon Soda. Abends gibt es nun drei Kokosmakronen. Beim letzten Mal hatte ich sechs. Das war eindeutig zu viel. Dann auch bei mir schlecht. Deswegen drei Stück reichen auch erst mal. Und dann auch bei mir schlecht.